So, heute geht es los mit dem ersten Entwickler-Tools-Tutorial. Los geht's! Hey Leute und herzlich willkommen zum ersten Part dieses Entwickler-Konsolen-Tutorials. Es wird insgesamt drei Stück geben. Heute geht es um die Konsole und viele von euch werden es kennen, dieses console.log. Und wir werden uns heute mal angucken, was es noch alles dazu gibt, weil die Entwickler-Tools sind, in Klammern, der wichtigste Handwerkskasten in jedem Browser für jeden Wege- oder beziehungsweise für jeden Vorder-Entwickler und man sollte es kennen. Wir werden verschiedene Bereiche der Entwickler-Tools in den nächsten Wochen uns ansehen. Heute beginnen wir mit dem meiner Meinung nach wichtigsten, nämlich mit der Konsole und damit legen wir direkt los. Falls ihr Fragen oder Probleme habt, unten im Videobeschreibung findet ihr einen zu Discord. Da könnt ihr natürlich wie immer der Community join, Fragen stellen, Hallo sagen und ansonsten legen wir direkt los. Viel Spaß und auf geht's! So und los geht's mit dem heutigen Video. Heute geht es um die Konsole und der ein oder andere wird das wahrscheinlich kennen, wenn ihr einfach in euren Explorer-Konsol.log eingebt und dann hier etwas reinschreibt. Zum Beispiel, das möchte ich wissen. So, das speichern wir jetzt einfach mal ab und jetzt sehen wir hier in der Konsole wird das ausgegeben. Was heißt, ich sehe hier etwas aus meinem Code, um es zu debuggen. Dafür ist die Konsole auch am wichtigsten, um euren Code zu debuggen. Allerdings kann man das entweder auf dieser Variante machen und überall einfach nur Console.log nutzen und jede Menge Code schreiben, damit Console.log so funktioniert, wie man sich das Ganze vorstellt. Oder man nutzt einfach die wirklich wichtigen Features, die dieses Tool bietet. Und um das Ganze zu testen, können wir hier einfach mal Console eingeben. In dem Moment, wenn wir das tun, kriegen wir nämlich hier ein Objekt ausgegeben, nämlich unsere Konsole und alle Funktionen, die diese Konsole besitzt. Und ihr seht hier, es sind deutlich mehr, als der ein oder andere von euch wahrscheinlich kennt. Ihr könnt zum Beispiel neben dem eigentlichen Console.log, also einfach nur etwas zu loggen, sagen Info. Hier schreiben wir jetzt einfach was rein, wie Hallo. Und wenn ich das Ganze so abspeichere, dann seht ihr hier, es steht ganz normal Console.log Hallo. Allerdings nicht einfach nur Hallo in dem Sinne, sondern das wird als Info getaggt. Und wenn ihr beispielsweise Firefox nutzt, nicht wie ich, ich nutze Brave als Browser, beziehungsweise hier in der Konsole, dann würdet ihr hier sogar so ein kleines i sehen. Also der würde das als Info highlighten. Das Ganze funktioniert natürlich auch mit zum Beispiel Warnungen. Wenn man hier Warnung reinschreibt, dann kriegen wir hier eine Warnung mit so einem kleinen Dreieck, um das Ganze, warte, ich roll da so ein bisschen weiter runter. Um das Ganze ein bisschen besser zu sehen, okay, irgendwas mit eurem Code hat vielleicht gerade nicht so richtig funktioniert. Oder wenn etwas falsch gelaufen ist, dann könnt ihr hier einfach auch Error reinschreiben, sodass ihr euch selbstständig loggt, hey, hier ist irgendwas ganz gewaltig schief gelaufen, der hat einen Error geschmissen. Was heißt, wenn ihr beispielsweise irgendwie eine ganze Menge Abfragen macht oder so etwas in der Richtung, macht es auch Sinn, diese Sachen einfach mal wirklich sinnhaft zu trennen. Und deswegen ist das hier sehr praktisch. Anders gibt es natürlich, wenn ihr sowas habt wie console.log und ihr wollt etwas ausgeben, beispielsweise nur, wenn ein Wert true ist. Ich sage jetzt hier mal Wert Behauptung gleich true. Das heißt, ich möchte jetzt nur loggen, wenn dieser Wert true ist, was auch immer das sein sollte. Natürlich kann man das einfach so machen, dass man sich eine kleine Abfrage schreibt, das hier reinschiebt. Und zack, es wird nur gelockt, wenn das Ganze true ist. Was heißt, das funktioniert, wenn ich das jetzt auf false setze. False, zack, dann seht ihr, es wird nichts gelockt, weil unsere Behauptung einfach false ist und damit nicht ausgeführt wird. Das Problem an dieser Geschichte ist, ihr habt nur um etwas zu loggen, jetzt zwei zusätzliche Zeilen Code, die eurem Code, eurem Projekt eigentlich nichts bringen. Deswegen ist das schlecht. Grundsätzlich gibt es aber eine sehr einfache Methode. Und zwar könnt ihr statt console.log console.assert nehmen. Und in diesem Moment kann ich sagen, okay, wenn das Ganze eine Behauptung ist, also wenn die Behauptung hier true oder false ist, dann führe es aus. Was heißt, in dem Moment, wenn ich das Ganze jetzt abspeicher, sollten wir hier eigentlich nichts sehen, weil die Behauptung aktuell true ist und damit kein Fehler auftritt. Wenn ich das Ganze false mache, was heißt, meine Behauptung ist falsch, dann wird hier was ausgeschmissen. Diese Funktion persönlich nutze ich sehr gerne, um beispielsweise if-Abfragen einfach zu debuggen, um zu merken, okay, meine Behauptung hat funktioniert, beziehungsweise hat nicht funktioniert, weil man will ja manchmal auch das Gegenteil testen. Also dafür nutze ich das sehr gerne, weil man sich den zusätzlichen Code einfach sparen kann, nur indem man dieses eine Wort hier austauscht. Das nächste, was man natürlich auch machen kann, was viele von euch wahrscheinlich schon mal gemacht haben, ist so etwas hier, und zwar eine Vorschleife. Wir sagen jetzt einfach mal Variable i gleich 0, i kleiner, keine Ahnung, 100, i++. Das heißt, wir haben eine Vorschleife, die 100 mal durchläuft und ihr sagt jetzt hier console.log und wir sagen hier einfach mal i. Das Ganze können wir jetzt machen und ihr habt hier wunderbar das Ganze durchgeloggt. Ihr gebt hier die Variable weiter. Das müsst ihr nicht. Das heißt, wir haben hier eine zusätzliche Funktion, die heißt count und sagen jetzt hier beispielsweise test. Und in dem Moment seht ihr hier, wir haben einen Test und jedes Mal, wenn wir das ausführen, kommt dahinter eine Zahl. Das heißt, er zählt automatisch hoch. Das heißt, wenn ihr etwas zählt, müsst ihr das nicht über eine, also mit ausgeben, sondern könnt das einfach direkt hier machen. Allerdings sehen wir hier auch, okay, ich habe jetzt hier eine ganze Menge Zahlen, bei 100 geht das noch. Aber was ist das, wenn wir hier 1000 haben, äh 10.000 haben? Dann seht ihr, das Ganze dauert ganz schön lange und es fängt auch ein bisschen an zu stottern. Und hier noch irgendwas Vernünftiges zu finden, wenn ihr hier 10.000 Datensätze ausgebt, ist nicht so ganz das Wahre. Deswegen kann man verschiedene Sachen machen. Beispielsweise können wir das Ganze, ähm, ja, groupen. Was heißt, wir wollen ja vielleicht noch andere Sachen hier aus, ähm, ja, debuggen im Prinzip. Und deswegen sagen wir jetzt console.group, zack, starten eine Funktion, da geben wir nichts mit. Und sagen hier unten drunter group and. Das Ganze speichern wir jetzt ab. Und jetzt erstmal passiert hier nicht sonderlich viel. Ihr seht aber, hier hat sich schon so ein Strich daneben gesellt. Und wir haben jetzt hier unser console.group und können praktisch unseren Code hier einfach ausblenden, um unsere Konsole noch ein bisschen mehr den Überblick zu behalten, um beispielsweise hier einfach zu sehen, okay, hier oben hat jetzt unsere console.group etwas gemacht. Wir können jetzt auch hier noch was reinschreiben. Label, zack, speichern das Ganze mal ab. Haben jetzt das Ganze hier runter gemacht und jetzt haben wir hier Label. Was heißt, unsere group, unsere console.loggroup heißt jetzt Label. Und wir können jetzt hier ganz wunderbar unsere console.logs einfach ein bisschen zusammenfassen, damit wir ein bisschen mehr den Überblick behalten. Grundsätzlich, wenn wir hier schon so eine Schleife haben, können wir natürlich noch mehr machen. Was heißt, oft, vielleicht nicht bei jedem von euch, aber in der Production-Umgebung oder so etwas, hat man sehr schnell die Situation, okay, wie lange war mein Code jetzt eigentlich? Also wie lange hat er gebraucht? Waren das jetzt 5 Millisekunden oder waren das schon 300 Millisekunden oder so etwas in der Richtung? Was heißt, solche Fragen kommen sehr schnell und sehr viel. Ich füge das mal eben wieder ein, damit wir trotzdem noch den Überblick ein bisschen behalten. Und wir machen hier direkt mal group collapsed rein. Das heißt, das Ganze speichern wir ab. In dem Moment wird nämlich das Ganze collapsed geöffnet. Das funktioniert genauso wie groups, nur das ist halt geschlossen und nicht offen ist. Aber zurück zu unserem Problem. Wir wollen das Ganze einfach ein bisschen tracken. Wir wollen jetzt wissen, okay, wie lange dauert diese Funktion hier? Und das können wir auch mit der Konsole machen. Console.time. Zack. Und müssen jetzt noch ein Label vergeben. Sagen jetzt einfach mal hier Label. Und diese Funktion hier startet uns einfach einen Timer. Das Ganze können wir jetzt hier unten einfügen und wir sagen hier Time End. In dem Moment, wenn ich das Ganze ausführe, Zack, haben wir hier unten ein Label, der uns sagt, unsere Funktion, also alles, was zwischen dem Time Start und Time End ist, hat insgesamt 465 Millisekunden gedauert. Wenn ich jetzt hier beispielsweise nochmal 3.0 reinmache, dann sehen wir hier gleich, okay, das Ganze hat deutlich länger gedauert. Ihr seht hier schon, der rechnet immer noch daran. Mal sehen, wie lange das dauert. Wahrscheinlich einige Sekunden, wenn ich das richtig hoch multipliziere, ist es vielleicht auch ein bisschen viel. Okay, sagen wir mal 100.000, das sollte dann etwa, ich glaube, 3 Sekunden oder so dauern. Mal gucken, ob das irgendwann was macht. Anscheinend habe ich die Konsole abgeschmiert. So, das Ganze hat jetzt doch funktioniert. Er hat sich wieder gefangen. Hier 5.000 Millisekunden, was heißt, man kann damit super debuggen und testen, wie schnell euer Code durchläuft. Ihr könnt zum Beispiel einfach vor jeder Funktion zu Beginn und zum Ende einmal so einen Timer setzen und das Ganze einfach einfügen. So, natürlich gibt es nicht nur solche praktischen Debug-Features, sondern wir können auch, oder wir kommen immer wieder in die Situation, dass ihr beispielsweise mehrere Variablen darstellen wollt. Was heißt, ihr habt nicht nur einen Wert, den ihr irgendwie darstellen wollt, sondern ihr wollt vielleicht die Veränderung von einem Objekt, also von mehreren Variablen testen. Und das Ganze können wir entweder mit Console.log ganz einfach, indem wir ein Objekt erstellen, sagen hier Key, keine Ahnung, zum Beispiel false, Key 2, sagen wir jetzt einfach mal Hallo, wie geht es. So, das Ganze speichern wir jetzt ab und jetzt seht ihr hier, okay, wir können auch ganze Objekte debuggen, was heißt, nicht nur einfach das, was hier drin steht. Das Ganze könnt ihr natürlich auch noch ein bisschen schöner schreiben, indem wir hier sagen, wir haben ein Objekt und dieses Objekt wollen wir einfach debuggen, indem wir das in die Konsole einfügen. Das Ganze funktioniert auch wunderbar, ohne weitere Probleme. Und ihr könnt natürlich auch, was viele Leute machen, ist zum Beispiel sagen Objekt, Test, True, 25. So, wenn wir das Ganze jetzt abspeichern, sehen wir hier, wir kriegen auch noch mehr ausgegeben als nur das. Das funktioniert also auch wunderbar. Und ihr könnt auch so verschiedene Objekte bzw. Werte darstellen. Neben dem könnt ihr aber auch noch anders agieren. Zum Beispiel sagen wir jetzt hier Console.ConstValue gleich Test und sagen jetzt hier Console.Log und jetzt machen wir andere Anführungszeichen. Ihr seht hier, das sind jetzt ein bisschen so kleinere Anführungszeichen und jetzt schreiben wir hier rein, was ist das und machen jetzt einfach ein Dollarzeichen, eine geschweifte Klammer auf und geschweifte Klammer wieder zu. Und fügen das hier einfach ein. Und ihr seht hier schon, irgendwie sieht jetzt dieser Code anders aus. Der wird ein bisschen anders gehighlighted von meinem Editor. Und wenn ich das Ganze jetzt abspeichere, dann sehen wir, dass irgendwas nicht funktioniert hat. Ja, wir wollen hier Test einfügen. Test existiert nicht, sondern Value. Und jetzt sehen wir hier, okay, wir haben unseren String, den wir hier vorne einfach geschrieben haben, plus unser Value direkt und unserem String drin. Das ist sehr praktisch, wenn ihr irgendwelche logischen Abfragen haben wollt oder so etwas, dann könnt ihr damit auch super loggen, das ein bisschen verständlicher wird. Aber ja, zurück zu unserem eigentlichen Problem. Und zwar, was haben wir, wenn wir ganz verschiedene Datensätze haben? Zum Beispiel habt ihr ein Array von Werten und wollt das Ganze mal loggen? Ich sage jetzt einfach mal Array, ups, gleich, eckige Klammern auf und sage jetzt hier einfach mal ein Array aus zwei Werten, einmal John und Smith. So, das Ganze speichern wir jetzt ab und haben jetzt hier einen Wert. Wir wollen jetzt wissen, was in diesem Wert drinsteht, können zum Beispiel sagen, einfach console.log und sagen hier Array. Zack, speichern das Ganze ab. In dem Moment haben wir hier unseren Array. Das funktioniert soweit ganz gut, also da kann man sich nicht wirklich beklagen. Allerdings, wenn wir hier beginnen, noch mehr Werte einzufügen, ich füge jetzt einfach mal ganz viele ein, dann wird es doch irgendwann problematisch. Und vor allem, wenn das jetzt nicht nur immer John und Smith ist, sondern ganz viele verschiedene Werte, zum Beispiel Zahlen, sehr große, teilweise 20-stellige Werte oder so mit vielen Kommastellen, dann wird das Ganze nicht sonderlich leserlich. Das können wir glücklicherweise ziemlich leicht umgehen. Und zwar nutzen wir da nicht console.log, sondern nutzen console.table. Zack, speichern das Ganze ab und in dem Moment kriegen wir hier einen Wert von jedem Einzelnen unserer Indexwerte. Das Ganze funktioniert natürlich nicht nur so, sondern ich kopiere mir mal eben einen anderen Array hier rein, sondern zum Beispiel mit Vor, also Vorname, Nachname. Wenn ich das Ganze hier abspeichere, sehen wir hier, wunderbar, hat funktioniert. Und so können wir im Prinzip dafür sorgen, dass wir ein Array oder ein komplexeres Objekt einfach viel genauer darstellen und hier unten haben wir trotzdem noch die normale Objektansicht. Das heißt, so kann man sich das deutlich angenehmer loggen als viele andere Sachen. Natürlich kann die Konsole auch für jeden unter euch, der so ein bisschen designtechnisch unterwegs ist, auch noch ein bisschen mehr. Und zwar können wir sagen, console.log und machen jetzt hier Anführungszeichen, Komma, Anführungszeichen. So, was machen wir jetzt? Wir schreiben hier ein Prozentzeichen, ein kleines C und sagen jetzt, Hallo, wie geht es dir? Fragezeichen. Wenn wir das Ganze abspeichern, passiert erstmal nichts. Ihr seht, es wird ganz normal gelockt. Wenn wir hier aber reinschreiben, Color, Red und abspeichern, dann wird unser Text rot. Was heißt, wenn ich hier dieses kleine Prozentzeichen mit dem C reinschreibe, könnt ihr im Anschluss CSS verwenden. Was heißt, wir können jetzt hier auch sagen, Background, whoops, Color, machen wir das mal schwarz, sagen Padding, 5 Pixel, speichern das Ganze ab und sehen jetzt hier, unsere Konsole wurde ein bisschen schöner und wir können damit arbeiten. Was heißt, ihr könnt so eure console.logs-Ausgaben ein bisschen mehr customisen und einfach ein bisschen Spaß damit haben. Es bringt eigentlich nicht viel, bis auf, dass ihr wirklich schön eure einzelnen Console-Logs voneinander trennen könnt. Das heißt, diese Schreibweise funktioniert beispielsweise auch innerhalb der anderen Befehle, die wir vorhin getestet haben. Und was man natürlich auch machen sollte, was einfach jeder machen sollte, ist einfach hier und da mal ein Emoji in die Konsole loggen, einfach um Leuten, die die Konsole eurer Website, eures Programms angucken, eine kleine Freude zu bereiten. So, das war's wieder für diese Woche. Wenn euch das Video gefallen hat, hinterlasst einen Daumen hoch oder einen Kommentar unter dem Video. Ansonsten, wenn ihr Fragen, Probleme, Kritik oder sowas habt und in der Videobeschreibung, Discord, Twitter, Instagram usw., sagt einfach mal hallo. Wenn ihr diese Channel unterstützen wollt, findet ihr dort auch Amazon Affiliate oder YouTube Membership, wo ihr diesen Channel etwas supporten könnt. Ansonsten sehen wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin, viel Spaß und ciao. Bis dahin, viel Spaß. Bis dahin, viel Spaß. Untertitelung des ZDF, 2020